Willkommen meine lieben Freunde zurück zu The Forest mit dem Pada und mit dem Mr. Pippa. Halleluja! Ich schwein! Ich hab gekillt. Du kannst den Kopf haben. Und du Mörder. Ich will das Fleisch, zack. Ja, wir sind auf der Suche nach Stickys, um unser ganzes Zeug fertig zu bauen. Ja, Stickys brauchen wir echt mehr als genug, ey. Stickys liegen hier überall auf dem Boden rum, Maschum. Ja, ich seh's. Nimm so viele mit, bis du keine mehr tragen kannst. Scheiß mal. Da vorne ist noch ein Schwein, aber lass das mal hier. Da genau vor uns laufen Dinge rum. Was? Lauf was? Oh, hier oben laufen auch gerade welche rum. Da laufen Mutanten, äh Mutanten, ja doch Mutanten zum Strand. Doch Mutanten, das ist richtig. Da ist noch ein Sticky. Wo bist du? Wo da? Ich laufe mittlerweile Mutanten hier sogar schon rum, das gibt's. Mutanten? Ja, da meint ihr die Eingeborenen. Ja, die Eingeborenen. Oh. Schwein? Bleibst du stehen, ey. Ein Kopfbräu noch hier. Schau mal, irgendwo in das Strand, ne, müsste noch einer liegen. Vorsicht, Pater, da läuft einer rum, gell? Wo? Der war grad hinter dir. Wo? Ich glaub, der ist Richtung Pieper gelaufen. Ja, ich hab hier unten ein. Also die nerven aber auch, diese Dreckspenner. Alter! Was der für ein Damage austeilt, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich muss auch mal zurück ins Feuer, weil ich friere langsam. Alter, die gibt's die Geräusche. Ja. Ich suche noch ein bisschen Wein hier. Ey, der gibt mir einmal richtig eine und dann war's halt fast, ne? Erste, mein Kumpel in Ruhe hier, was soll denn die Scheiße? Los down. Da hast du die nächste Leiche. Perfekt, danke dir. Dann muss der Papa wieder regeln. Ja. Ey, ohne Scheiß. Ich geb dem die ganze Zeit mit der Axt einmal, der trifft den irgendwie, ne? Der laufen immer mehr Richtung Strand, gell? Ja, wir brauchen noch drei von den Dingern hier, Maschum. Kannst du die noch runterbringen? Ja, ich komm. Ich hab genug. Wenn die das nicht abschrecken, dann weiß ich's nicht. Ja. Nachher, dann weiß ich's nicht. Ach guck mal, der geht sogar schon echt ein paar Meter zurück. Der Hurenbock. Bleib so lang. Zünde dich auch noch an, du. Ach, diese Effigies oder was? Das sind drei Stück oder zwei. Ja, zwei. Die sind aber schnell. Wir brauchen noch das ganze Gedöns. Hier, bei dem Blockhäuter da. Ja, alles klar. Ja, das war dein Bruder und deine Mutter, die wir angezündet haben, du hässlicher. Scheiße, ich hab keine mehr für die... Ich behalte die mal gerade im Auge hier. Jetzt alles andere als Lust. So. Ey. Hauen sie echt nicht näher. Ich komm echt nicht näher ran hier. Das gibt's. Echt? Das ist doch geil. Ja, die hauen dann sowieso ab. Wunderbar. Ja, die kommen immer bis zum Effigy ran und dann hauen sie wieder ab. Ich bin ja in der Hoffnung, dass die so blöd sind, da reinlaufen. Ja, damit der brennt. Was für ein Vollidiot. Hast du da reingelaufen oder was? Ja, sicher. Awesome. Was für ein Trottel, ey. Gut, dass es mich da hingestellt hat. Ja, jetzt ist er doof. Rechgarten, wüsste? Ey, man. Da lässt immer das Scheiß brennen. Ja, ist bei mir auch so, komischerweise. Möchte jemand einen gebratenen Einwohner haben? Ah, du musst das Feuerzeug aus der Hand nehmen, dann funktioniert das wieder. Ah, okay. Alter, wie viel? Ja, so. Ja, endlich. Ja, ich kümmere mich gerade einen Augenblick darum, dass die da ins Feuer vielleicht rein sind. Wie viel können wir denn da reinwerfen, frage ich mich. Das freut mich auch gerade. Ich glaube, das war's. Ja? Da müssen wir noch eins bauen. Warte, ich lass mal eins fallen. So. Ja, das war's. Da müssen wir noch eins bauen. Kannst du direkt daneben noch eins bauen. Den Dings mache ich mal wieder weg. Jo. Wir machen erstmal noch mal einen hin. Boah, was zu essen? Ey, brauchen wir auf jeden Fall noch Stickies. Wir brauchen ganz viele Stickies, ey. Oh ja. Wollen wir auch noch einige von. So, ich häng mal wieder ein bisschen Trockenfleisch hin. Hab ich was gehört? Ja, ich mach mir grad einen kalt. Er meinte, der könnte mich mal so richtig schön, eine schöne Fresse reinhauen, verstehst du? Aber ich lass das nicht mit mir machen. Ja. Ja. Hau ihm selber eine rein. Ja, hau ihm mal selber eine rein. Ja, das mach ich. Und seinen Freunden auch. Dass man jedes Mal ins Menü gehen muss, um das Ding aufzuhängen. Ja. Was, schwarzer Kaffee? Ja, ein bisschen schwarzer Kaffee wäre auch nicht so verkehrt. Schwarzer Kaffee, Junge. Oh, ich glaub da kommt der Chef. Ja, da kommen ein paar. Da kommt der Chef, Alter. Ich find das gar nicht so witzig, dass ich seine Leute hier auseinander genommen habe. Nope. Guck mal wie sie da stehen. Komm, hau ab. Ich hab er, gib ihm. Du bist aber ein schlechter Häupling, ey. Gib das auch ein. Ich hab mein Bein eingesammelt. So, der Häupling ist glaub ich tot. Weiter auch. Ne, der Häupling liegt hier vor meinen Füßen. Achso. Oh ja, der ist echt tot. Pass auf deine Ausdauer auf, gell. Ja, ja. Wir brauchen jetzt mal was zu trinken. Oh fuck, oh fuck. Ich wurde K.O. gehauen. Von hinten. Du Schweinehund. Wie stark die sind, bitte. Ja, die sind echt übertrieben. Die haben sie mittlerweile wieder stärker gemacht. Die waren mal echt eine Zeit lang richtig schwach. So. Ihr habt aber auch die fette Axt, gell? Ja, ja, sicher. Ja, klar. So, da haben wir nicht wieder weg. Das ist voll dumm, wenn du wieder spawnst, dass du die kleine Axt in der Hand hast. Ja. Was braucht denn das Ding? Ein Kopf? So, mal grad was schwatzen hier. Ich brauch dringend was zu trinken. Aber ich hab noch einen Cola. Da ist ein Haltling. Oh, ich höre schon wieder einen. Ja. Wo ist er? Ja, der steht hier beim Energy. Was? Der hab ich doch gerade kaputtgeklatscht, den Typen. Das ist ein neuer. Ach, ein neuer schon wieder. Wie er lacht. Alter, bitte. Da ist gleich nichts mehr zu lachen. Das sind mehrere. Das sind drei Stück bei dir, Pipa. Komm zurück. Lass dich durchs Feuer laufen. Lock dich durchs Feuer. Wie viele es sind. Lass dich einfach ins Feuer rennen. Warte mal ganz kurz. Hier, nehmt das. Wieso geht das nicht hoch? Man muss es erst anzünden. Alles klar. Okay. Weg da. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich hab die nicht gesehen. Ich hab die nicht gesehen. Ich schmeiß mal zum Häuptling rüber. Ihr nehm das. Kollege. Tschüss. Ja, genau. Lass mal ruhig die Köpfe runter wollen. Der ist auch tot. Der ist tot. Alter, die gehen dann echt auf die Ketten, ey. So, die eine ist auch. Die ist auch kaputt. Die müssen bald mal abhauen hier. Ich brauche noch sechs Köpfe. Und dann ist das Ding fertig. Wir machen uns das nochmal auf die Suche nach Stickys, ey. Ja, komm. Wow, ich muss mich ganz dringend teilen erstmal. Ich hab nicht mehr so viel Medizin, gell. Ich geh mal kurz was essen, dann komm ich mit. Du kannst Medizin aber auch selber herstellen, wenn du diese Aloe-W-Raum machst. Wenn du eine Pflanze da einsammelst. Ja, aber ich find die einfach nicht, diese... Wenn ihr mal eins seht, dann zeigt mir mal, wie das aussieht, genau. Herr Pader, wo bist du lang? Ich suche jetzt ne. Ah, da. Alles klar. So, wo wollen wir denn noch ne Leiche? Perfekt. So. Ach, man kann nur einen Kopf gleichzeitig nehmen. Irgendwo bei euch ist, irgendwo bei euch ist einer. Auf in den Wald erstmal, auf in den Wald. So, vier Köpfe noch. Ah, ich glaub ich hab's gefunden. Was hast du gefunden? Ja, das Aloe Vera gibt es jetzt. Hier wächst ziemlich viel davon. Sehr gut. Ah, guck mal hier haben wir noch nen Kopf. Sehr schön. Ich komm gleich mit Stickies holen. Ich will eben grad noch das eine Effigie kriegen. So. Wollt ihr mich verarschen, man, ihr zwei? Verpisst euch! Zwei Stück, äh. Oh, die Hilfe. Wieso hab ich die, wieso hab ich die, wieso hab ich die kleinen Axt. Oh, fuck! Hat mich schon mit der Kuro gehauen. Ja, warte, ich komm mal eben rum. Boah. Super ärgerlich, ey, die scheiß Viecher, Mann. Ja, die sind echt ein bisschen OP, finde ich. Ich bin auch voll mit Sticks, by the way. Ich komm mal, ich komm mal zu dir. Wo sind die Affen? Ich werde jetzt gleich erstmal ein paar Lizards killen, ey. Danke. Die sind weg, sind abgehauen. Ah ne, da hinten, da hinten schleichen sie. Ja, passt ein bisschen auf. Ich geh mal wieder zurück zum Lager, ich bring die Sticks erstmal zurück. Ja, ich sammle jetzt auch erstmal wieder welche. Wir bauen jetzt den Lockholder weiter und dann müssen wir unsere Verteidigungsanlage mal ein bisschen errichten. Aber wir brauchen echt Schutz gegen diese Texte. Ah ne, das war nicht das. Ja? Müsste echt uns ne Verteidigungsdings bauen. Scheiße, ne, ich hab doch nicht das Richtige gefunden. Auch schöne, viele Fallen oder sowas. Weil die kommen ja immer dieselben Wege runter, so wie es aussieht. Ich schwör dir, dann wenn wir die Fallen da stehen haben, dann nicht mehr. Reicht eigentlich auch schon, wenn du in erster Linie erstmal überall diese kleinen Standing Torches dahin baust. Oh, meine Scheiß-Sticks sind schon wieder voll. Da rennen die nämlich auch gerne rein. Wegen diesen Lockholder da unten. Ja, warte, ich bring auch grad ein paar mit. Ich hab auch wieder... Ah, so viele kann ich nicht tragen. Nein, man kann nur 10 tragen. Maximal, glaub ich. Wisst ihr was, dann baue ich schon mal nen Garten an. Oh, das wär auch nice. Und damit wir da ein bisschen... Okay, ich hab, ich bin voll mit Stickys. Ich komm zurück. So, ein Sticky-Water-Ding noch. Ernten wir mal ein paar Büschi hier weg. Ah, Aloe Vera Collected, alles klar. Okay, ich schmeiß dir mal grad ein paar da hin. Schön. Hey, ich baue mir, glaub ich, bald hier ne Treppe hin, ey. Ach so, ne Hasenfalle oder sowas ist ja auch ganz gut. Ja. Könnte man auch einrichten. So, das werd ich mal kurz mal anschauen. Ach, das ist... Zack, zack. Aha. Äh, Maschum, kannst du die Stickys hier auffüllen für den Lockholder? Ja, klar. Ja, super. Fertig. Nice. Und dann können wir da den Kram jetzt... So, ich hab jetzt ne 3 Beta erst mal gemacht. Das reicht jetzt erst mal. So, ähm, soll ich das Ding jetzt bauen, dein Wasserspender-Ding? Ja. Ja, mach mal ruhig das... Ab, du blöder Vogel. Du willst ne paar Alze oder was? So ein Sticky-Holder oder sowas gibt's ja auch, glaub ich, gell? Ja. Ja, wir müssen ja echt erst mal Ressourcen holen. Ich schlepp derweil in die Baumstämme. Ein Sticky-Holder, sagst du? Ja, du kannst ja schon mal wieder Stickys holen. Ja, du brauchst für die Sticky-Holders brauchst du auch Stickys. Stickys sind echt Mangelware in dem Spiel hier. Obvious Shit. Ich hoffe mal, dass man irgendwann mal 20 oder so mitnehmen kann, weil der kann zwei Baumstämme auf einmal schleppen, aber nicht mehr als 10 Stickys. Ja, das stimmt, das ist echt ein bisschen, aber naja. Ist ja noch in der Alpha. Ist ja noch Alpha, genau. Waren wir uns ein Sticky-Holder, man. Wollen wir nicht drüber diskutieren. So. Aber ich muss trotzdem sagen, dafür dass das Spiel erst ein 0.34 oder was das auch immer ist. Hab ich keine Stickys mehr oder was? Für mich gut, ja. Locks sind auch voll. Ja, wir brauchen jetzt... Ja, ich brauch grad noch viele Stickys zum Locks. Wie kann ich die Stickys jetzt da reinlegen? PC. Muss ich sie jetzt ausrüsten oder was? Ne, wenn du keine mehr hast, dann musst du... Ich hab da aber welche. Ist voll seltsam. Na gut, ich geh erstmal jetzt wieder hoch. Wir sollten den Tag nutzen, um wirklich Sachen zu sammeln, Ressourcen zu sammeln. Wir sollten nachts dann verteidigen und... Ah, du kannst doch mal einen Rock-Holder bauen. Kannst du doch einen Rock-Holder bauen? Für Steine? Einen Rock-Holder, klar. Gibt's... Gibt's das eigentlich? Ja. Wir haben einen Holder für alles mittlerweile. Ja, gibt's Rock-Holder. Acht Stickys brauchen wir dafür. Gibt ja auch einen Ball-Holder. So, alles. Steine hab ich auch immer voll. Sieht nicht aus wie ein Rock-Holder, man. Sieht aus wie das Sticky-Holder grad. Hä? Hä? Das stimmt aber nicht. Ja, ganz ehrlich. Immer mal diese Totems kaputt klatschen, wenn ihr die seht, ne? Mhm. Der Wasserfall ist schon geil bei unserer Basis. Also wir haben schon einen guten Ort gesucht hier. Ja, duschen können wir jetzt auch jeden Tag. Ja. Hä? Voll seltsam. Okay, der Rock-Holder sieht bei mir aus wie der Sticky-Holder. Ja, ist doch nicht schlimm. Ich hab so das Gefühl, dass es irgendwie so ein Fehler ist. Okay, es fehlen noch fünf Stickys. Ja, die sollst du gleich haben. Oh Mann, ich bin auch mein Ding brauch hier. Wenn man einen Baum fällt, fallen auch Stickys runter, gell? So war das. Nicht immer. Oh Gott, was war das? Oh Gott. Ich hau wieder ab. Wo läufst denn du wieder rum? Du Stickys. So, der Demon-Holder ist auch fertig. War mal so frech und hab den fertig gemacht. Kann man so eine Hütte hier nicht abhacken? Ich hab hier noch Holzball rauskommen. Das wär auch nicht schlecht. Gute Frage eigentlich. Geht aber nicht. Aber ich hab grad ein richtig fieses Geräusch gehört. Ich weiß nicht, was das war. Mein Magen? Nee. Also wenn sich so dein Magen anhört, dann würde ich mal zum Arzt gehen, ey. Also es war ein Schrei. Es hat jemand geschrien. Aber auf richtig gemeine Art und Weise. Can't carry any more sticks. Okay, ich komm wieder zurück. Du hast das Feuerzeug noch funktioniert, ey. Geh mal hier hoch. Einfach mal schauen, was es hier so gibt. Ich wollte auch gerade in Pardas Richtung gehen, weil das sieht mir doch auch ganz... Sind auch noch mal so Hütten. Close. Weil die andere Richtung musst du so weit laufen, bis du da mal was findest. Hier findest ja wenigstens sofort was. Hier stehen so Hütten rum, gell? Hier oben. Okay. Wo seid ihr denn? Ach, da bist du. Hier sind so close, 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 close. Ja, du mir die mit. Die sind auch gut. Mach ich, mach ich. Ups. Da liegt ein Laptop. Ich mach nicht immer diese blöden Steine mit hier. Äh, Mushroom. Bei dem Rain-Dings da, gell? Müsstest du deine... Hat doch keiner Sticks gedroppt. Really? Bei mir hat das nicht geklappt. Ich konnte keine Sticks gedroppt. Doch, eine C kannst du machen. Bei mir klappt das auch gerade. Aber du musst deine Schlüssel noch hier hinpassen, gell? Ah ja. Ja, klar, mach ich. Hab ich sie wieder? Ne, als du das Ding kaputt gemacht hast, hast du es bekommen, oder nicht? Ne, ich hab die nicht mehr. Nice. Ich hab sie auch nicht. Ah, scheiße. Da müssen wir sie nochmal holen. Würdest du dich nochmal auf die Socken machen, oder? Er macht's kaputt und ich soll jetzt wieder suchen gehen. Ey, ich komm mal zu dir hoch. Alter, der längst ab und zu manchmal so voll ekelhaft. Ja, bei mir auch. Immer schön Steine mitnehmen. Ich, bei mir läuft da rein frei. Steine auch? Ich lass die mal liegen. Ich hab schon wieder so'n Schrei gehört. Ja, das hab ich jetzt aber auch gerade gehört. Das hört sich echt nicht gesund an. Ich war hier beim Wasserfall hin. Ja. Kann aber sein, dass da noch einer Wasserfall-Rind backt oder sowas. Boah. Kann man dem Spiel echt zutrauen. Könnte echt sein. Aber es ist ja noch die Alpha. Ja. Ja. Nein. So, zwei Köpfe brauche ich noch. Da ist das Mega-Effigy auch fertig. Oh, hier ist ein Hütten. Aber schon bin ich bei dir. Bambi! Bambi! Wir müssen Spada-Tradition bewahren. Ja. Töte es! Zwei Stück! Ihr seid gemein, ey. Dann du Scheißwitschwein. Ey, das Pumba, den hab ich gerade schon versucht anzugreifen und er ist abgehauen. Der Angst vor mir. Bambi ist abgehauen, abgekillt. Oh, 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 oh. Es kommen drei Leute zu uns hoch. Der ist eigentlich nicht schlecht, weil ich brauch nämlich die Köpfe von dem. Bei mir ist der Amt, Bambi. Okay, ich bin voll mit Stickys. Ich hab's getötet. Da ist auch ein Chef mit dabei. Nice. Oh, oh. Die haben mich registriert. Registriert? Registriert? Komm mal zu euch. Ich war alleine Macke und nehme ich fertig. Kommt die Klaus wieder zurück immer? Ah ja, die spawnen immer wieder. Immer neu. Ja. Das ist ja cool. Fuck, aber ist ja noch in der Alpha das Spiel. Ganz moll. Nice. Bisschen Zeug kann man ruhig mitnehmen. Ist gar kein Problem. Keine Sticks mehr tragen. Ich komm jetzt wieder zurück. Jo, ich geh mal nach unten. Hallo. Aua. Rocks muss ich auch voll haben. Ja, Rocks hab ich auch voll. Ach schon, du musst die Dinger so schräg runter gehen. Dann fällt sie nicht runter. Ich dachte, das wär nicht so tief. Aber ist ein Weichei. Zack. Ja, du spielst noch in der Alpha deswegen. Ah, meine Ausdauer. So. Schön bei uns hier. Ich weiß mal ganz genau, ob jetzt Wasser geht. Ist das eine von Schnappatmung oder war ich das? Puh. Das war ich. Achso. So. Ne, ich meine Ingame jetzt. Ja, das war meine Figur. Ah, jetzt muss ich gehen ganz gerne. Jetzt geht's bei dir? Ja. Dann hast du wahrscheinlich keine mehr. Oder ich hab's halt nicht richtig gesehen. Standing Fire, davon platziere ich jetzt mal. So, wie funktioniert denn das Beet? Das muss jetzt erstmal wachsen. Wenn das gewachsen ist, dann kannst du das machen. So, ich würd sagen, wir platzieren jetzt hier oben, beziehungsweise hier unten beim Eingang ein Feuer hin. Jedes Mal, wenn die kommen, können wir da einfach da rein und die rennen durch das Feuer. Weißt du, wie ich's meine? Mach ich hier gerade auch schon hier oben. Okay, dann fang ich schon mal an, so ne, äh, Dings zu bauen. Ich baue hier ziemlich viel von diesen Standing Torches hin. Dann fang ich jetzt an, eine Mauer zu bauen, oder? Jo. Okay. Ich zieh jetzt noch mal kurz los und, ähm. Ja genau, holst du mal eben mit mir Stickys, weil dann wäre das perfekt. Gibt doch einen Zap-Collector. Ich wollte eigentlich noch deine Schildkröte holen, damit ich den Panzer hab. Ja, mach du die Schildkröte, hol ich die Stickys. Custom Walls? Nee. Wo sind denn die normalen Wände? Ach, bin n***t. Bei Defense muss das so, müsst ihr gucken. Custom Walls. Ja, bei, 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 bei. Es gibt doch einen Rockwall. Rockwall gibt's auch. Es gibt doch einen Bonefence. Bei diesem Fenstersymbol. Defensive Walls. Ich hab's. Ja genau. Boot, 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 Schildkröte. Ach so, links. Ah, das ist ja cool. So, da haben wir noch ein Standing Fire. Müsst du allerdings da aufpassen, dass wir da nicht auch noch durchlatschen, ne? Ja. Macht halt Aua. Ich meine, ist ja Wasser direkt in der Nähe hier, aber trotzdem. Ah, da haben wir, ah, da haben wir ja zwei Stück. Easy. Ein Schlag und tot. Nice. So. Schade, dass man nur einen mittragen kann. Auf jeden Fall brauchen wir für eine ganze Ecke Locks. 46. Hallo, Schildkröte. Boah. Dickies ist aber noch heftiger. War jetzt nicht aktuell, aber. Ich meine für unsere, unsere Mauer hier. Oh ja, das wird, das wird eine ganze Weile gelter. Let's go to the wall today. Hab ich schon wieder einen gesehen? Mein Gott, Alter. Okay, lauf. Oh mein Gott. So, ich brauch Stix. 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 Ah, sag mal, Leute, was macht ihr denn schon wieder, Junge? Reicht's mich. Quatsch euch weg, ist mir scheißegal. Okay. Pass auf, dass du nicht stirbst. Ah, keine Frage. Wow, das war jetzt alles, was wir dadurch hingekriegt haben. Nice. Das war unser ganzes Holz, was wir hatten. Ja, das heißt, wir brauchen mehr Holz. Ah. Wir brauchen verdammt viel Holz. Kann mich hauen. Gut, dann geh ich erst mal wieder Holz. Au, hier bouncet die Hölle los gerade. Ja, ich hab hier drei Leute. Dreck vor meiner Nase. Nice. Okay. Oh, wie die immer wegrennen und dann auf einmal wiederkommen mit einem Schlag, ne? Ihr dreckigen Typen, Alter. Geil. Geil, 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 geil. Weiterhin hab ich die Axt so heftig am Kopf gezwiebelt, dass er eigentlich gar nicht überleben dürfen. Aber gut. Ich bin ja nur ein Eifer. Wir sind ja nicht weitertrauen, gell? Ja. Den einen hab ich. Ja, genau. Den Kopf von deinem Kollegen strecken kann. Richtig schön, ne? Erst ist down. Der zweite auch. Sehr gut. Nimm mal einen am Kopf von dem mit. Ja, genau. Klatschen da mal dran. Perfekt. Einen hab ich auch noch. Einen brauchen wir noch. Ja, den hab ich. Dadadadai. Das kannst du jetzt anzünden. Yes. Bums. Geil. Bisschen sadistisch finde ich, aber... Ah. Aber die wollen's ja nicht anders. Ja, richtig. Die wollen's echt nicht anders. Wir brauchen mehr Holz, leider. Ja. Okay, also. Liebe Freunde. Da beenden wir einfach mal diese Folge jetzt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Schmerz. Do los.